Was meint Jimmy Butler, NBA Allstar, hier mit dem 13. Februar und Krypto, der hier gerade in einem Werbespot mit Binance zusammen zu sehen ist? Er meint natürlich den Superbowl am 13. Februar, den allein in den USA über 100 Millionen Menschen sehen. Dieses Mal nicht nur FTX als Kryptobörse, sondern auch Krypto.com, die sich hier einen Superbowl Werbeslot gesichert haben. Der Blick in den App Store verrät ähnliches, Krypto.com hier immer in den Top Charles am meisten heruntergeladene Apps. Was genau hat es aber mit Krypto.com auf sich und ist der native Crow Token vielleicht ein Investment wert? Vor allem vor dem Superbowl am 13. Wir schauen uns all das im Video an. Viel Spaß! Ein Faktor, der für Krypto.com als interessantes, mögliches Investment, keine Anlageberatung ist, spricht, sind die Sponsorings. Wir sehen hier schon Matt Damon vorbeilaufen als Hauptgesicht der ganzen Kampagne. Für 100 Millionen US-Dollar hat sich Krypto.com die Partnerschaft mit der Formel 1 für die nächsten 5 Jahre gesichert. Das heißt, bei jedem Rennen im Schnitt knapp 90 Millionen Zuschauer weltweit, die hier das Krypto.com-Logo sehen werden. Nächster Deal, Krypto.com ist Partner der UFC. Neben dem Logo, den man jetzt schon sehen konnte auf den Trikots der Fighter, haben sie sich ebenfalls noch die Namensrechte für die NFTs von einzelnen Kämpfern gesichert. Diese NFTs werden natürlich über den eigenen NFT-Marktplatz rausgebracht. Nächster Partner, Twitch Rivals. Der E-Sports-Anbieter zählt über eine Milliarde aktive Spieler. Es folgen weitere Partnerschaften mit Fußballvereinen wie Paris Saint-Germain. Auch hier wieder das Recht, eigene NFTs für die Spiele rauszubringen. Weitere 7.700 Millionen Dollar investiert in die Namensrechte für die Basketball-Arena Staples. Was hat es jetzt aber genau mit Krypto.com auf sich und mit dem nativen Crow-Token? Das klären wir jetzt. Und wohin könnte der Kurs gehen? Ist es ein sinnvolles Investment für einen kleinen Teil des Spielgelds? Das folgen wir jetzt. Krypto.com sieht sich selbst als die nächste Generation von Kryptoplattformen. Sie möchte durch geringere Transaktionsgebühren und mehr Transaktionen, die pro Sekunde möglich sind, die Dienstleistung hier verbessern. Gleichzeitig haben wir als Nutzer die Möglichkeit, passiv 6,5% ungefähr Staking-Rewards zu gewinnen, indem wir unsere Crows in den Staking-Pool geben. Auch können wir für Stablecoins Erträge gewinnen. Natürlich ist ein eigener NFT-Marketplace noch mit dabei. Wenn man hier nur an Partnerschaften denkt, wie mit LeBron James, der hier auch noch Kryptobildung zusammen stärken möchte mit Krypto.com, dann kann man sich schon denken, was hier auch wieder, sollte da auch wieder ein NFT rauskommen, möglich ist und Attention auf die ganze Krypto.com-Plattform bringen wird. Ein weiteres interessantes Feature sind die Kreditkarten. Es gibt hier Metallkreditkarten, kostenfrei und zum Beispiel, ich habe mir die grüne geholt, da musst du 3.500 Euro Minimum in dem Crows Token staken auf der Plattform, bekommst dann die Kreditkarte und für jeden Kaufvorgang 3% Cashback in Form vom Crows Token. Und es ist die Gebühr für Spotify und Netflix mit inbegriffen. Neben Kreditkarten gibt es aber eine eigene Wallet, das heißt Not Your Keys, Not Your Coins ist hier sichergestellt und sie möchten quasi als allumfassende Plattform wirklich für den Massenmarkt Kryptowährungen nochmal zugänglicher machen. Mit NFTs, aber auch indem sie Dienste wie Netflix dem Massenmarkt hier integrieren. Die Message springt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Reaching the next billion users with the world's best partners. Aktuell arbeiten 3000 Angestellte für Krypto.com. Es sind über 10 Millionen Nutzer und die Hochrechnungen erwarten über 100 Millionen Nutzer in absehbarer Zeit. Das vierköpfige Gründerteam bringt interessante Backgrounds mit von Software Engineering, Pintech, Startups und mehr. Die Wahl der Partner ist für mich strategisch sehr sinnvoll gemacht. Indem man hier versucht, Sportbegeisterte oder E-Sportbegeisterte Leute als Kunden zu gewinnen, tut man sich viel einfacher, weil Statistiken haben gezeigt, dass Sport oder E-Sport affine Leute viel wahrscheinlicher sind, dass sie sich schon mit dem Thema Kryptowährungen auseinandersetzen. Man muss hier also nicht Leute überzeugen, dass Kryptowährungen auseinandersetzen wird, sondern es geht eher darum, kryptoaffine Leute für den Massenmarkt und die Integration von Massentechnologien wie Netflix und so weiter in den Blockchain-Systemen zu integrieren. Was heißt es jetzt aber für den Investment Case? Lohnt sich ein Investment in Crow? Ist der Kurs hoch, niedrig, wird er noch weiter steigen? Natürlich hat niemand eine Glaskugel, aber meine ein, zwei Gedanken zum Thema. Die Plattform hat ein extrem schnelles Wachstum hingelegt. 2016 gestartet, gab es drei Jahre später, 2019, schon über eine Million aktive Nutzer. Heute sind es über 10 Millionen. Ziel des CEOs sind laut seinem Zitat 100 Millionen Nutzer in den nächsten zwei Jahren bereits. NFTs sollen ein treibender Faktor dabei sein. Weiterer sehr banaler, aber psychologischer Vorteil, der Kurs von einem CRO ist aktuell bei 39 Cent unter einem Euro, unter einem Dollar. Klingt komisch, aber ist wirklich ein psychologischer Vorteil, weil die Eintrittshürde hier, Crows zu kaufen, niedriger ist, als wenn ich mir einen Bruchteil eines Bitcoins kaufe. Um ein Gespür dafür zu bekommen, für die Bewertung des CROW Tokens, habe ich mir angeschaut, wie ist denn aktuell die Marktkapitalisierung vom CROW Token, der ein Utility Token ist für die Crypto.com Plattform, im Vergleich zum Beispiel zum Platz zwischen Binance und deren BNB Coin. Heute am 5. Februar 2022 liegt der CROW Token bei einer Bewertung von 39 Cent und damit einer gesamten Marktkapitalisierung von knapp 10 Milliarden Euro. Was aktuell dem Rang 16 nach Marktkapitalisierung angeht. Der BNB Token von Binance liegt Stand heute bei einer Marktkapitalisierung von 60 Milliarden Euro. Das heißt 6 mal so hoch. Nehmen wir also die Marktkapitalisierung als Grundlage, würde der CROW Token von 40 Cent sich versechsfachen auf 2,40 Euro, wenn er mit der Marktkapitalisierung aktuell von Binance gleichziehen würde. Für mich sind das alles sehr vielversprechende Punkte. An dieser Stelle keine Anlageberatung wie immer, meine persönliche Meinung. Also Krypto generell vielleicht maximal 10% vom Gesamtportfolio beim vernünftigen Investor. Ich bin hier gerade eine Ausnahme, gehe ein hohes Risiko ein, weil ich es aktuell mag, aber nicht zur Nachahmung zu empfehlen. Generell vernünftig würde ich allerdings rund 10% in Kryptowährungen haben und dann hier wieder vielleicht von diesen 10% nochmal 10% in solche kleinen Spekulationen wie zum Beispiel CROW. Für mich aber wirklich eine Investmenthypothese, die aufgehen könnte, gerade auch mit dem Superbowl. Natürlich kann man wieder sagen, ist es schon eingepreist. Wenn man sich den Kursverlauf anschaut und mit BNB vergleicht, die jetzt nicht wirklich sowas noch in der Pipeline haben, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass durch den Superbowl und die höhere Nachfrage hier auch der CROW im Kurs deutlich steigen wird. Und meine, was ich konkret gemacht habe, ich habe mir gerade diese rund 4.000 Euro eingezahlt, habe mir die Crypto.com App runtergeladen, geht sehr einfach und habe mir dann die grüne Visa Card bestellt. Das heißt, ich stake 3.500 Euro in CROW und bekomme jetzt quasi, wenn ich mit der Visa Karte dann bezahle, 3% Cashback und somit hier Spotify und Netflix monatliche Gebühr noch obendrauf. Gleichzeitig habe ich ein Exposure im CROW-Token mit der möglichen Investmenthypothese, dass hier eine Versechsfachung oder noch mehr möglich ist. Wenn nicht, auch nicht schlimm, ist nur ein kleiner Teil, aber diese Partner und Strategie, die gefällt mir doch schon sehr. Du kannst aktuell CROW zum Beispiel auf Coinbase kaufen oder dich einfach mit der App registrieren bei Crypto.com. Ich habe das einmal gemacht und hier kurz einen Screen-Record von der App gemacht. Und ja, du bewirbst dich dann quasi für eine Karte, je nachdem, welche du möchtest oder möchtest überhaupt keine. Und dann kannst du einfach über die App, wie du es auch gewohnt bist von anderen, nach dem KYC-Prozess dich hier einfach registrieren, Geld einzahlen und dann zum Beispiel CROW erwerben. Dann kannst du entscheiden, möchtest du staken und dadurch 6,5, 7, 8% Rewards bekommen. Ich habe hier schon die ersten CROW-Token als Rewards bekommen und ja, das ist mein aktuelles Game bei dieser Geschichte. Ich fieber jetzt natürlich auch dem Super Bowl entgegen und ja, freue mich auf deine Meinung. Nutze die Karte ebenfalls schon. Ich kenne Freunde, die haben vor ein paar Monaten oder Jahr sogar die Krypto-Karte bestellt. Und damals gab es quasi die Platinum, die höchste Karte, noch mit viel weniger Mindesteinlage. Wurde jetzt alles hochgeschraubt mit mehr Nachfrage. Aber für mich ein schlüssiges Konzept in diese Massenveranstaltungen, Sportbegeisterte, die dafür zu catchen, in diesen Krypto-Bereich noch mehr reinzugehen. Mit NFTs, tolle Modelle und ich rede hier nicht von Spekulation und Hype, sondern wirklich interessante Modelle mit NFTs und Sportlern auf die Beine zu stellen. Ja, aber lass mich doch gerne deine Meinung wissen. Was hältst du davon? CRO nach dem Super Bowl, wie ist deine Kursprognose? Kann man natürlich immer schwer sagen, aber bist du Bullish generell drauf? Findest du die Karte cool? Lässt du da die Finger von? An dieser Stelle auch noch eine Video-Empfehlung und zwar der nette Basti Thalerbox und Team. Die haben die Krypto-Karte schon länger im Test und haben auch hier nochmal eine ganz konkrete Anleitung gemacht, wie du zu der Karte kommst, wie du sie verwendest. Also unbedingt auschecken, verlinke ich hier nochmal. Und damit danke für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir einen super Tag. Dann Vorsicht. Ich wünsche dir die Aufmerksamkeit. Dannキero Problem.